Der FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Eines der Top-Spiele vom 31. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023-24. Und ja, hier bin ich tatsächlich mal richtig gespannt, wie dieses Spiel verlaufen wird. Auf der einen Seite haben die Bayern eigentlich eine 1-5-Klatsche aus dem Hinspiel wieder gut zu machen. Auf der anderen Seite wartet dann unter der Woche Real Madrid. Und Thomas Tuchel hat ja bereits auf der Pressekonferenz zugegeben, dass man sich deswegen auch nicht zu 100% auf Frankfurt fokussieren kann. Ja, und das kann natürlich für die SGE ein Riesenvorteil in diesem Spiel sein, den man vielleicht ausnutzen kann, sich wichtige Punkte zu schnappen, Bonuspunkte zu schnappen, um es mal so zu sagen, im Kampf darum, um den 6. Platz auch final abzusichern. Klar ist aber auch, dass die Bayern sich selbstverständlich unabhängig von irgendwelchen Wiedergutmachungsgedanken auch Selbstvertrauen für das Spiel gegen Real Madrid holen möchten. Selbst wenn hier rotiert wird, dann wird es auch den einen oder anderen geben, der sich da vielleicht nochmal empfehlen will. Entsprechend muss das jetzt nicht unbedingt der Riesenvorteil für die Frankfurter sein. Thomas Tuchel sagte ja außerdem auch, dass man unbedingt ein Top-Spiel machen möchte. Nicht nur, weil man die Punkte noch braucht, um die Champions-League-Qualifikation endgültig abzusichern, beziehungsweise zumindest mal die Vizemeisterschaft zu sichern. Nein, man möchte ja auch ganz klar das Momentum beibehalten, welches man sich gerade aufgebaut hat. Die Ergebnisse sind ja seit dem Hinspiel gegen Arsenal aus Bayerns Sicht sehr positiv. Unter anderem hatte man ja am vergangenen Spieltag mit 5 zu 1 einer alten Försterei gewonnen und daran anzuknüpfen, um mit dem bestmöglichen Mindset dann auch in der Champions League anzugreifen. Das macht natürlich absolut Sinn. Ein Dämpfer und sei es auch nur ein kleiner, weil vielleicht unwichtig, in Anführungszeichen unwichtig, den möchte man sich da jetzt natürlich auf keinen Fall reinholen. Frankfurt ist für mich aber auf jeden Fall ein Gegner, den die Bayern hier nicht unterschätzen dürfen. Nicht nur wegen des 5 zu 1 aus dem Hinspiel, sondern auch, weil die SGE in den letzten Jahren immer mal wieder in der Lage war, den Bayern ein Beinchen zu stellen. Wenn man jetzt mal auf die letzten sechs Begegnungen in der Bundesliga schaut, dann konnte die Eintracht drei gewinnen zu zwei Niederlagen und einem Unentschieden. Dabei gab es jeweils für Bayern als auch für Frankfurt einmal eine heftige Klatsche. Von daher habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass hier alles passieren kann. Es kann theoretisch in beide Richtungen kippen. Ich meine gut, das ist im Fußball sowieso immer möglich, aber gerade bei einer solchen Paarung, wo die jüngere Vergangenheit gezeigt hat, dass beide sich gegenseitig wehtun können. Da ist es natürlich umso mehr der Fall, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, die klatscht der FC Bayern auf jeden Fall weg. Die Frankfurter, die hatten ja jetzt abgesehen von der guten zweiten Halbzeit gegen Augsburg zuvor einige sehr schlechte Spiele abgeliefert. Aber sowas kann sich auch schnell mal wieder ändern. Und gerade wenn man das vielleicht ausnutzen kann, dass die Bayern hier nicht zu 100% fokussiert sind, besteht ja natürlich auch die große Chance, da nochmal Schwung mit in die letzten Wochen mit reinzunehmen. Und ja, ich bin da mal gespannt, wie es diesmal ausgehen wird. Ich für meinen Teil habe irgendwie das Gefühl, dass die Bayern hier einen relativ humorlosen Sieg einfahren werden. Ist aber nur mein Bauchgefühl, einfach deswegen, dass die Bayern jetzt gerade auch in die Champions League so viel positive Energie wie möglich mitnehmen wollen. Aber wie gesagt, ich wäre nicht überrascht, wenn es vielleicht auch erneut in eine andere Richtung kippt. Und an der Stelle gebe ich jetzt natürlich auch wie immer an euch weiter. Was denkt ihr? Kann die SGE den Bayern erneut richtig wehtun? Schreibt mir da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr so dazu zu sagen habt. Und ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.